hallo da draußen herzlich willkommen zu einem kleinen objektiv vergleichs test video meinung egal wie er das nennen wollt ich möchte euch das minolta 200 mm md rockcore blende 4,0 vorstellen und dagegen das canon fd 200 mm 2,8 nun warum habe ich beide linsen ja weil ich die eine linse gekauft habe wegen der blende 2,8 ich mache mal so eine kleine fahrt über die beiden objektive dass es ein bisschen besser seht ja was gibt es zu dem minolta zu sagen ich habe definitiv das gefühl dass diese linse schärfer ist die chromatische aberration ist ein bisschen da wenn das mal wirklich sehr kontrastreich wird die linse insgesamt ist ein bisschen softer von der zeichnung her was ich persönlich ganz gut finde wenn ich was knackig haben will kann ich nachdrehen ich glaube sogar dass man damit ganz gute aufnahmen von personen machen kann aber 200 mm ist eigentlich nicht wirklich eine porträt brennweite aber wer mag der mag die blende 4 ist natürlich wieder für einige freistell fetischisten vielleicht ein manko allerdings bei der brennweite muss man so oder so auch mal sehen was gibt der hintergrund den man da verwendet her und da werdet ihr merken dass bei blende 4 das im grunde genauso gut funktioniert dass man nur so nebenbei bemerkt ich habe darüber auch schon mal ein video gemacht blende ich euch oben ein und ich kann definitiv sagen für das geld was ich dafür ausgegeben habe und das waren rund 60 euro eine top linse kann sich jeder kaufen der eben eine spiegellose kamera hat da ist es natürlich ideal blende 4 das war für mich aber ein problem und zwar immer dann wenn ich ins theater gehe wenn ich dort fotos mache bei premieren oder so da habe ich zwei dreimal diese linse dabei gehabt und ja da merke ich dann schon blende 4 da fehlt mir wirklich eine blendenstufe natürlich wäre eine 2 0 blende noch besser findet man aber nicht bei alten objektiven und wenn dann sind sie sündhaft teuer ich weiß gar nicht ob es überhaupt eine gibt ich glaube ich habe mal eine gesehen aber die war so teuer dass ich mir gedacht habe lange rede kurzer sinn dieses objektiv ist von der von einer sache her super schlecht und das hätte ich nie erwartet und zwar die chromatische apparition die ist so wahnsinnig auffällig und stark dass ich wirklich sagen kann wow wenn ich raus gehen wenn ich sonne habe nehme ich diese linse nicht mit es bringt nichts ich habe zu viel nacharbeit in lightroom und ich habe auch das gefühl dass das je nach licht und belichtung und nach objekt eben wenn die kontraste stark sind dass ich unterschiedlich immer die korrekturen in lightroom machen muss und das ist schlicht und ergreifend viel zu viel arbeit im theater lässt sich das handeln dann natürlich der preis ja diese offenblende hat mich ja etwas mehr als das dreifache gekostet und da habe ich noch glück gehabt ich habe diese linse teilweise für fast 300 euro in ebay gesehen und ich kann euch definitiv sagen das ist sie nicht wert also diese chromatische apparition das bringt einem nichts ja die 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 korrektur die macht die bilder schlechter in meinen augen schlechter und von daher sollte sich wirklich nur jeder dieses objektiv kaufen der sagt ich brauche 2,8 ich bin am limit wenn ich mit blende 4 arbeite oder meine kamera nicht so hohe iso kann da müsst ihr selber euch einschätzen was euch wichtig ist also das meine ganz klare kaufempfehlung lieber die blende 4 nehmen und dadurch bessere qualität haben gewichtstechnisch machen die sich übrigens fast nichts das hier ist schwerer vielleicht ist es deswegen auch besser da ist mehr glas drin und die canon linse die schwächelt wie gesagt in der chromatischen aberration wenn man die bei wenn man bilder in der totalen anguckt wenn man alles sieht hat man das gefühl das canon objektiv ist knackiger also bunter sage ich jetzt mal aber was die schärfe angeht habe ich auch festgestellt kommt es nicht an das minolta vielleicht habe ich auch beim ein oder anderen mal nicht ganz 100 prozent scharf gestellt wenn man abblendet wird das natürlich nähern sich die objektive an aber das wie gesagt das ist dann investition die man halt mehr ausgibt und die chromatische apparation die wird zwar auch ein bisschen geringer glaube ich wenn man abblendet aber sie ist immer noch da und sie ist sichtbar von daher müsst ihr euch das schwer überlegen ja und jetzt würde ich sagen habe ich genug erzählt die leute die sagen zwar lang genug die können jetzt aussteigen alle anderen können weiter gucken ich zeige euch einige bilder die ich mit dem canon gemacht habe ich zeige euch die fehler und noch ein zwei bilder die ich mit dem minolta gemacht habe ich hatte es leider bei der ersten tour nicht dabei weil ich gar nicht daran gedacht habe die objektive zu vergleichen so hier das erste bild für euch und ihr seht schön auch hier ein bisschen den hintergrund wobei der nicht sehr weit hinter dem motiv liegt wo die schärfe liegt und somit fällt er halt sehr stark ins gewicht ein eine wirkliche freistellung eine schöne wird ich hier auch mit einer person nicht hinbekommen bei den blumen ist es so dass es etwas weniger sowieso auffällt weil die sehr klein sind aber so ist es nun mal aber zum zeigen und auch zum probieren ist das genau richtig was aber wirklich der entscheidende punkt ist und das seht ihr hier und ich bin hier in der vergrößerung mehr als eins zu eins jetzt gegangen in lightroom und das seht ihr hier an dem stengel dieser starke kontrast hier dieser grüne rand hier unten die roten ränder also die chromatische aberration die ist wirklich da und sie ist sichtbar und das zeige ich euch auch beim nächsten bild gleich hier bei diesem baum vor der weißen wolke hier sieht das eigentlich noch gar nicht mal so dramatisch aus aber wenn ihr jetzt hier mal hinter der richtig weißen wolke die auch ein bisschen überstrahlt vielleicht das seht da werden die erste regelrecht magenta farben und das zu korrigieren kann man aber ich glaube man ja man hat dann auch ein bisschen ärger und das funktioniert eben auch nicht so wirklich immer 100 prozent gut ja also wie gesagt die die linse ist scharf ja vielleicht nicht top scharf das ist wie gesagt mit offenblende und jetzt gehe ich mal zum beispiel alleine nur eine blende zu und da seht ihr schon das ist deutlich besser das bild das ist ein tick dunkler weiß nicht warum die kennen bzw die sony das gemacht hat anders belichtet da ist wirklich nur eine bruchteil einer sekunde unterschied und bei blende 5 6 ist das noch mal besser aber es geht ja darum diese diese optik eben auch bei offenblende verwenden zu wollen von meiner seite aus wie gesagt im theater werde ich das tun und da ja werde ich mir eine korrektur basteln müssen bei den aufnahmen dass eben die chromatische apparition echt minimiert minimiert wird so hier auch noch mal da brauche ich jetzt keine voll ansicht ihr seht das auch wieder deutlich an so hellen häuser dächern oder so ist das eben deutlich zu sehen hier auch und ja da ist eben arbeit gefragt ansonsten sieht das glaube ich recht gut aus die schärfe ja da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten wenn man eben auch die einstellungen alle benutzt hier seht ihr ach ja hier ist übrigens der effekt den ich euch zeigen wollte hat man eine richtige überstrahlte überbelichtung dann wird diese dieser fehler so stark dass man es auch nicht mehr mit den korrekturmöglichkeiten von lightroom weg bekommt das habe ich auch schon mal probiert bei einer anderen aufnahme es hat nicht funktioniert und wenn einen das dann stört dann muss man wirklich in photoshop das retuschieren anfangen hier ein bild da ist der hintergrund im unendlichen da ist die stadt heppenheim da sieht man dass natürlich 2,8er blende alles nach hinten hin schön freistellt wobei ich mir gar nicht sicher bin ob ich da wirklich nicht ein bisschen abgeblendet habe um ein bisschen mehr tiefenschärfe zu haben aber das bokeh hier im hintergrund passt und die schärfe ist ja auch ganz gut aber natürlich nicht riesig weil ich hier unter zwei meter abstand war also ich glaube die einstellgrenze ich habe es jetzt nicht im kopf ist glaube ich 1 meter 50 oder 1 meter 80 ja und jetzt ja jetzt mal einen kleinen vergleich zu minolta und da muss ich jetzt mal zwei bilder anklicken hier habt ihr jetzt links das canon objektiv leider mit einer höheren iso rechts das minolta objektiv hier sieht man natürlich auch ein bisschen rot aber ich finde es ist deutlich unauffälliger hier ist es deutlich schärfer diese chromatische apparition zu sehen ich weiß nicht ob der abstand es ist vielleicht auch ein schlechtes motiv gebe ich zu aber hier ist der abstand wirkt geringer als bei den anderen aufnahmen die ich oben auf dem berg gemacht habe und ja und jetzt eine sache die ich euch noch mal zeigen wollte in dem zusammenhang wenn man ins entwickeln modul geht und eben die chromatische aberration korrigiert ich habe jetzt mal nur diese werte so grob eingestellt und ich klicke hier drauf dann sieht man wie das objektiv wie der fehler korrigiert wird und das muss man also wirklich unbedingt tun damit ja man eben ordentliche bilder bekommt noch ein vergleich möchte ich euch zeigen moment ich gehe hier wieder raus ich gehe auch aus der vergrößerung raus das zweite bild ist auch von minolta und jetzt so damit ihr das seht sie sind leider nicht ganz gleich ich glaube da müsste man sich noch viel mehr anstrengen wenn man das wirklich exakt machen will das minolta objektiv das die aufnahme war auch ein bisschen später ist auch das die doppelte iso zahl wie ihr sehen könnt deswegen vergrößer ich das auch nicht das wäre ungerecht weil eben nichts korrigiert ist das minolta objektiv zeichnet weicher wie ihr sehen könnt es hat eine vignette auch das canon objektiv hat eine vignette etwa ähnlich sogar nur fällt sie beim rechten bild einfach mehr auf was aber links schon ein bisschen zu sehen ist dass das objektiv ich sag mal einen höheren kontrast hat aber nicht unbedingt einen höheren mikrokontrast das ist irgendwie anders warum das so ist und warum ja das eine objektiv weich ist und das andere härter wie das kommt kann ich euch persönlich nicht erklären da bin ich eben nicht informiert genug aber es ist ja auch rettbar also wer jetzt sagt okay mir gefällt das linke besser weil das mehr kontrast hat ohne dass ich was gemacht habe das ist richtig aber mit wenigen klicks kann man aus diesem soften bild von dem minolta genau dasselbe rausholen ich habe jetzt nichts da vorbereitet ich sage euch nur das ist in lightroom ganz wenig klicks und dann hat man links und rechts praktisch fast dieselben bilder mit der schärfe und dem anheben der eventuellen körnung muss man natürlich auch wieder aufpassen ich glaube ich habe genug geredet ihr habt genug gesehen ich weiß es gibt leute die machen ganz ganz andere test bilder und haben so test charts ich selber habe mir auch schon überlegt sowas zu bauen aber ich finde das soll spaß machen und auch so ein bauchgefühl ist glaube ich mir manchmal wichtiger als so ein rein technisches gefühl das ist da besser und das ist da besser wir wollen oder ich möchte mit alten linsen arbeiten ich habe da sehr viel spaß dran und gerade auch die unterschiede kann man nutzen wenn man es zu nutzen weiß und deswegen ist es mir gar nicht so wichtig wo die fehler oder die stärken sind aber vielleicht der ein oder andere von euch den interessiert das nun mal und deswegen habe ich mir gedacht mache ich das mal und vielleicht schreibt ja auch jemand noch drunter Sven beide objektive vielleicht nicht schlecht aber schau dich mal nach xyz um da wirst du was viel besseres finden vielleicht kostet das aber auch mehr und nun ja ich bin gespannt ob ihr was da draußen habt was ich nicht kenne und mir dahingehend einen besseren vorschlag macht bis zum nächsten video und tschüss vors ich bekomme vorschlag jetzt um jetzt jetzt wird